Okay, 5, 4, 3... Jo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir, wunderschönen Sonntag. Wünsche ich euch jetzt erstmal hier Sonntagabend, ja schon fast. Heute Morgen gab es ja schon einen Stream auf meinem Twitch-Kanal, twitch.dev.wex.wp. Vielleicht haben das einige von euch noch nicht mitgekriegt. Es waren aber ein paar von euch da, das fand ich, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und heute spielen wir mal wieder meinen Lieblingsspielmodus, Minecraft Jump League. Ich hatte euch ja unter dem letzten Video gefragt, was ihr gerne sehen wollt. Und ich hab mir da auch schon einige Vorschläge drunter durchgelesen. Leider habt ihr schon wieder gemerkt, dass ein paar Tage keine Videos kamen, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt hab. Irgendwie hab ich mir immer vorgenommen, was aufzunehmen. Das war die ganze Zeit so in der Planung, aber irgendwie, weiß nicht. Hab ich dann trotz dessen irgendwie, weiß ich nicht, war ich dann irgendwie einfach überhaupt nicht zu Hause. Entschuldigung, ich bin grad ein bisschen aufgedreht, glaub ich, ein bisschen überdreht. Deswegen, ja, das war jetzt gerade echt mal kein, äh, kein, ähm, Jump-Skill-Fail gerade, den ich hier gemacht hab. Sondern einfach, glaub ich, so ein bescheuerter Fail. Ich glaub, ich bin hier auch eigentlich komplett falsch, hab ich so das Gefühl. Ach, da muss ich rüber, genau. Ach, ich bin mir immer nicht so sicher, wie es hier bei Jump League weitergeht. Auf jeden Fall spielen wir heute eine kleine Runde Jump League. Ich habe gerade schon probiert, Skywars aufzunehmen, aber es ist einfach überhaupt nicht geworden. Es haben sich ja auch manche Leute, ähm, ja, also ich hab viele, viele, viele Kommentare ja gekriegt. Es haben über 400 Leute oder über 400 Kommentare sind quasi unter dem Video eingegangen. Und es haben sich auch Leute gewünscht, dass ich vielleicht mal so eine Skywars-Kit-Serie mache. Ja, ich bin, äh, gerade eben, ich wollte eigentlich das Enderman-Kit aufnehmen, aber ich bin ein wenig verzweifelt. Und da wir jetzt ja schon ein wenig später haben, wie ihr vielleicht schon am Upload, ähm, ja, so an der Upload-Zeit wieder sehen könnt. Ähm, weil ich leider gerade eben, ich hab gerade eben mit dem Mindjust-LP vorhin ein bisschen, äh, GTA gespielt, weil ich da einfach mal wieder richtig Bock zu hatte. Und dabei hab ich, Mist, hab ich leider die Zeit ein wenig aus den Augen verloren, kann man einfach mal sagen. Und, ähm, wir warten mal eben kurz, weil sonst wird das hier eh nix. So, okay, Mist. Ja, okay, jetzt kommen wir jetzt aber. So, und deswegen, ähm, ja, es ist leider schon wieder ein wenig später geworden, als es eigentlich werden sollte. Naja, gut, okay, davon kann man jetzt auch mal absehen. Oh, und deswegen konnte ich leider keins von euren Vorschlägen heute mehr ausprobieren. Also, beziehungsweise jetzt, Jump League wurde sich ja auch ein bisschen gewünscht. Mit irgendwem, glaub ich, zusammen stand da. Und dann halt so wieder diese Up-Fuck-Wage-Runden, ähm, wie ich sie eigentlich immer habe. Das kommt bestimmt heute auch noch. Also, spätestens im Deathmatch, oder jetzt hier natürlich. Alles klar. Aber, es ist, ne, es ist nicht mehr normal. Also, es ist zwar das Normal hier, denn normal ist es zwar, aber es ist nicht mehr normal. Es ist einfach so, es ist nicht mehr normal. Wirklich, das ist so hart. Also, ne, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Also, hier bei, bei Playminity, da sind immer Sachen, die wirklich übertrieben schwer sind, sind immer als normal. Und Sachen, die echt leicht sind, sind dann bei, oder es ist auch andersrum. Das ist, keine Ahnung, das bei Easy sind so Sachen, die schafft kein Mensch irgendwie. Die schaffen nur so ganz wenig Player. Und es gibt viele Leute, die da jetzt rumhängen, so wie ich jetzt hier gerade da. Ne, und alter Falter. Ey, das ist nicht mehr normal. Das ist wirklich, also, das ist zwar hier normal, ne. Difficulty Normal, Modul 5. Aber es ist einfach nicht mehr normal, ja. Ich glaube, das Problem ist, wenn man mal so auf den ersten guckt, auf Labyrinth, auf den Labyrinth, ähm, Freund, dann sieht man, das ist der Einzige hier, der vielleicht ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Aber das Problem ist, das ist auch der Einzige, der hängt jetzt auch an einer Stage, wie man sieht. Der geht vor und fällt dann wieder zurück auf 255 Blöcke. Jetzt, ja, ich glaube, jetzt schafft das. Ah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ah, ne, hat er nicht. Deswegen, das ist auch übertrieben krass anscheinend, was er da macht. Deswegen, na, ach, ich bin, glaube ich, gar nicht, bin so, das geht so im Mittelfeld, glaube ich, von Jump League hier. Also, ich bin jetzt nicht übertrieben schlecht, aber ich bin auch nicht übertrieben der Babbo. Naja, also, ich bin jetzt, glaube ich, hier, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so, dass man sagen muss, ööö, du schaffst ja eigentlich gar nichts hier. Ich meine, ich bin ja schon ein Stück weiter gekommen. Und hänge hier jetzt zusammen mit vier Leuten, glaube ich, fest. Die anderen sind, glaube ich, auch nicht viel weiter gekommen als ich. Ich habe zumindest den einen blöden Sprung schon mal gerade geschafft, aber fälle natürlich dafür jetzt wieder an anderer Stelle, wo man sich auch schon wieder denkt, ja, ne, ist klar. Und ich springe einfach nicht ab. Das ist ja auch so. Naja, wir werden es jetzt wieder mal live mit, oder ihr werdet es wieder live miterleben, wie ich hier einfach, ähm, abgehe. Auf jeden Fall, eure Vorschläge werden natürlich jetzt bald, oder werden jetzt hier so in den nächsten Videos, also, so wie ich es zeitmäßig schaffe, natürlich eingebunden. Weil ich möchte ja gerne, dass, ähm, ihr euch, äh, quasi, dass ihr, also, dass quasi das auf meinem Kanal kommt, was ihr sehen wollt. So halt. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn natürlich kein Mensch, was weiß ich, ähm, irgendein Beispiel jetzt, keine Ahnung, Survival Games, oder was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, oder irgendein Spielmodi sehen will, oder sowas, dann ist das ja auch, weiß ich nicht, und der mir eh nicht, weiß ich nicht, also, ich verlabere mich gerade hier, übertrieben krass, also dann möchte ich das natürlich auch nicht unbedingt bringen, weil, keine Ahnung, das ist ja dann blöd, für mich und für euch. So, auf jeden Fall, ah, und deswegen wird das so, mein Gott, in nächster Zeit, ähm, denke ich mal, dann der Fall sein, dass hier natürlich ein paar mehr von euren Vorschlägen benutzt werden für die Videos und halt auch mit neuen, also einige Sachen, die ihr da vorgeschlagen habt, die hatte ich auch schon selber im Kopf und, ähm, ja, da hatte ich auch selber schon mal Bock drauf, weil es haben auch Leute geschrieben, ja, spiel doch mal auf dem Backwork Lab Server, macht doch mal dies, macht doch mal das, und, ähm, ja, da hatte ich eigentlich auch schon dran, äh, gedacht, oder mach mal, keine Ahnung, ich hätte auch mal halt Bock da, diese Bad Wars Duelle oder sowas halt einfach mal zu machen, diese 2 vs. 2, 4 vs. 4 oder sowas, das ist eigentlich ganz cool, finde ich, ach, da könnte man eigentlich auch mal, wenn, wenn man das organisatorisch hinbekommt, so ein großes YouTuber-Turnier draus machen, das machen ja hier manchmal die, äh, 2 Epic Bodies, oder die Bodies zocken, sind es ja dann, ähm, die das machen quasi, oder die das organisieren, in Bad Wars, und dann könnte man ja vielleicht einfach mal wirklich ein riesen, ein, oder ein größeres Team machen, aus YouTubern, die gegeneinander kämpfen, na, und das ist eigentlich vielleicht auch gar mal, so eine schlechte Idee, müsste man sich mal überlegen, müsste man vielleicht mal gucken, wie man das am besten organisiert, ah, es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder das einfach mal 2 Leute gegen 2 nur kämpfen, oder sowas, halt 2 YouTuber, zum Beispiel ich und Flash-Turn-LPs gegen, was weiß ich, bla bla bla, gegen irgendwen, und der eine hat echt das Goal gewischt, mein krassesten Respekt da, hier für, ey, alter Falter, du, das ist, ey, das ist so heftig, also ich finde das hier ist echt schwer, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer gewesen, also mir, es ist übertrieben schwer gefallen hier, das hinzubekommen, und vor allem auch den anderen, das hat man jetzt gesehen, das ist glaube ich jetzt keiner hier, wahrscheinlich übertrieben equipped, außer vielleicht der Labyrinth, weil es einfach so ist, dass, dass alle wirklich, ähm, ja, ne, wie man gesehen hat, alle wirklich an der einen Stelle, an der ich auch gehangen habe, gehangen haben, vielleicht auch noch nicht mal, bis dahin überhaupt gekommen sind, jetzt ist nur die Frage, wo sind denn die Leute, ah, da ist der Labyrinth, der hat aber trotzdem nicht so die krasseste, krassesten, ah, geht schon, ah, ha, 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 oh Gott, oh Gott, Mist, ach Gott, das waren wieder meine 1.8 Skills, ne, kann man einfach mal sagen, man merkt echt einen Unterschied, finde ich, zwischen 1.7 und 1.8, irgendwie, weiß ich nicht, mal gucken, auf was ich ja auch gespannt bin, ist einfach die 1.9, wie das da so wird, mit Kämpfen, mit PvP, weil das ist ja so ein, soll ja so ein kleines, oder größeres PvP Update sein, deswegen, da hast du es auch so gesagt, da bin ich echt mal gespannt, was da so draus wird, wie das wohl wird, oh Gott, Alter, ich bin so schlecht, heftig, oh Gott, erst mal was essen, 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 da ist ein Brot, da ist ein Brot, teaming ist verbinden, ja, wir sind nämlich in Teams verboten, natürlich, ist ja blöd, wenn ich hier in Teams erlaubt gehe, das wäre übertrieben unlogisch, so, oh, 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 der hatte bessere Rüstung als ich, ich, Idiot, ah, nein, 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 ach, mein Jumpskill war doch heute gar nicht so schlecht, wenn es dann doch vielleicht mal ein Ding, es ein bisschen besser wäre, in, ähm, allgemein hier in Jump League, dann wäre doch allen irgendwie geholfen, glaube ich, ne, so hier der QSK, ähm, Faktor, beziehungsweise das Problem ist einfach, glaube ich, habe einfach zu wenig Items bekommen, diesmal, oh, ich glaube, hier ist einer am chillen, wa, na, du alter Chiller, da unten auf deinem Boden, was geht da ab bei dir, so, erstmal kurz das Essen, mam, 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 so, dann wollen wir mal kurz gucken, wo haben wir denn die Leute, ach, du, nein, 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 das könnte unser Tod jetzt quasi gerade sein, ja, vor allem, der kommt auch über, übertrieben schnell zu uns ran, wie auch immer der das macht, auf jeden Fall ist es krass heftig, wie schnell er quasi da ist, und jetzt, zack, noch den letzten Schlag, ja, nice, oh Gott, 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 sind die noch hinter uns? Nein, keiner mehr da, okay, pui, ganz schnell was essen, ganz schnell was essen, ganz schnell was essen, das wäre mal wieder ein übertriebener Spacken-Move gewesen, ne, ich bin echt gerade ein bisschen am Po, weil ich habe auch nur noch ein Herz, ne, oder ein Leben quasi, und gerade eben auch nur ein Herz gehabt, wie man das nehmen möchte, ach du Scheiße, ach du Scheiße, nicht schon wieder, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ganz schnell hoch hier, so, wir halten uns mal eben kurz raus aus dem Gefecht, ich muss mal eben einmal kurz ein bisschen regenerieren, zumindestens, also nicht, weiß ich nicht, ach Gott, vor allem das dauert so ewig lang, und durch meine über krassen PvP-Skills, die ich ja immer grundsätzlich an den Tag lege, ist natürlich auch schwierig, jetzt wenn ich so low life bin, noch irgendwie ihn anzugreifen, weil die anderen haben auch alle genauso gutes Equipment wie ich, das ist eigentlich eine recht ausgeglichene Runde, hier zählt jetzt eigentlich so gesehen nur der Skill, außer dass da hinten in der Ecke eine kämpft, bisschen, die alte Chillerinder, so, zack, 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 nice, okay, jetzt sind wir wieder fast voll geweckt, jetzt wollen wir mal gucken hier, aber sie ist noch nicht, sie ist noch nicht ganz raus, so, Mist, hm, okay, das Problem ist, ich hab kein Essen mehr, anscheinend, nee, ich hab überhaupt gar kein Essen mehr, das ist natürlich echt jetzt shit, kann man einfach mal sagen, so, wo ist denn hier der, der nächste, ach, da oben kämpft sie wieder, na, komm mal her, komm mal her, mein Freund, der Sonne, ach, 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 hat noch drei Herzen, drei Leben gerade gehabt, okay, nice, da haben wir zumindest schon mal den nächsten Kill gemacht, so, dann gehen wir jetzt noch mal wieder runter, und gucken mal, ob wir da noch was reißen können, alter Falter, du, ich bin echt grad hart am Verhungern, aber man kann hier auch nichts abbauen, das ist so ein Mist, shit, ey, ach, gut, dass ich, äh, mich ein bisschen mit Kill über was halten kann, kann man einfach mal sagen, mit wenn ich irgendwelche Leute kill, oh scheiße, nicht schon wieder die beiden, bitte nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder, so, dann laufen wir jetzt mal irgendwie ganz weit weg, obwohl, ha, weiß ich nicht, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, unser Labyrinth, Mensch, ist wieder gespawnt hier, oh shit, wir haben ein halbes Herz verloren, es könnte schlecht für uns ausgehen jetzt, vor allem, wenn wir mal so gucken, wir können nicht mehr rennen, und da ist, irgendwer ist da hinter uns, irgendwer ist da am Start, naja, ja, ja, okay, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, okay, da hinten in der Ecke, könnte wieder Dingsumster chillen, vielleicht, irgendwer chillen, irgendwer, der nicht so krass ist, chillt hier glaube ich im Haus, war, ach hier wieder, guck mal, da haben wir sie wieder, so, zack, 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 da könnten wir uns jetzt was zu essen gönnen, okay, nice, was hat sie denn, nicht, nicht viel, toll, sie hat nur so ein, so ein blöde Ding in hier, so, was hat sie denn sonst noch hier, eigentlich nix, nix Gutes, nix was uns, hilft, das wäre noch was zu essen, und das, so, okay, egal, komm, dann essen wir jetzt kurz was, okay, the player, also der jetzt, nah, also am nächsten an der Mitte dran ist, gewinnt in den nächsten 60 Sekunden, das heißt, wir gehen jetzt ganz schnell in die Mitte, probieren es zumindest, nein, 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 nix, nix, nix da, nix da, nix da, nix da, okay, wo ist hier die Mitte, wo ist hier die Mitte, wo ist hier die Mitte, oh mein Gott, 30 Sekunden noch, 30 Sekunden muss ich noch aushalten, dann wollen wir mal die Mitte finden hier, unsere, die goldene Mitte natürlich, die ist nämlich da hinten, was, die ist da hinten, die ist auf der anderen Seite, oh mein Gott, und der andere gönnt sich wahrscheinlich gerade schon, hart, die Mitte, okay, jetzt müssen wir hier, müssen wir nur noch einmal kurz, ganz kurz chillen, okay, fünf, vier, drei, zwei, eins, yes, 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 GG, jajajajaja, lalalalalala, oh man, war das ein Bad Pause Move, oh Leute, oh Leute, ach Gott, mein Herz ist fast stehen geblieben, aber wir haben zumindest ein paar Kids gemacht, kann man einfach mal sagen, auch wenn es echt schon manchmal echt knapp war, mit Regenerieren, kein Essen und sowas, und unsere Jump Skills waren auch gar nicht mehr so schlecht, also sie werden, finde ich, von Mal zu Mal besser, ich meine, wir sind an einer Stage leider hängen geblieben, das kann aber jedem mal passieren, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschü tschü, bye bye,